Kartoffelpüree mit Lachs und einer Pesto Kruste. Verliebt! Für unser Kartoffelpüree nehmen wir uns ein paar Kartoffeln, schellen sie, schneiden sie klein und kochen sie weich. Danach heisst es mit aller Kraft stampfen. Damit unser Püree schön cremig wirkt, geben wir Butter und Stück für Stück Milch dazu. Wir würzen noch mit Salz und Pfeffer und machen uns an unsere Pesto. Dafür braten wir zuerst ein paar Pinienkerne an und stampfen sie gemeinsam mit einer Knoblauchzeh klein. Geben unser Basilikum dazu, sowie eine Prise Salz, Olivenöl und viel Parmesan. Gut vermischen und am besten, auch wenn es lecker ist, noch nicht ganz aufessen. Zum Schluss braten wir unseren Lachs in Butter an, übergießen ihn mit Zitrone und würzen ebenfalls mit Salz und Pfeffer. Dann heisst es auch schon servieren und genießen. Ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsgericht.